Die Aufnahme wurde begonnen, Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer Runde Brutegate. Joa, wir werden jetzt ein bisschen Brutegate spielen. Immer noch im Discord ist da gute Faces. Hi. Joa. Der hat zur Zeit nichts spielt. Ich spiele an einer Playstation. Und was an einer Playstation? Ich spiele Jump Force. Ok, dann spielt er Jump Force an einer Playstation. Nimm doch auf! Neeeeeeeeee... War ja Überlegung wert. Ja . Wir spielen alleine gegen 3er-Trupps. Aber das macht ja nichts. Das wird einfach... Ich hab ne Sniper aufm Rücken und Machinengewehr in der Hand. Das wird ein paar Gemetzel geben. Achso, Heike hat die Whitelist-Zeit reingepackt, ne? Nimm dir mal am Donnerstag 17.30 Uhr frei. Philipp? Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwerfen. Jungs, schick doch mal. Der Feind springt über die Flieger, auf den Himmel ab. Headshot, B... Mit den Männern. Er hat das aufgeschlagen. Schluss mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Beutegeld. Sammelt Geld, indem ihr Aufträge abschließt, Beute macht oder Ziele ausschließt. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du führst sie an. Ich bin ja alleine. Ich bin auch alleine drin. Deswegen... Das hat du doch mal drauf. Landet schon und markiert. Wir müssen zusammenbleiben. Jetzt raus, raus. Ausgleich In der nächsten Runde werde ich die mal altersten Slime machen Wieder ein Togu hier Über mir Händchen laut über mir Ich habe mein Geld Die Truhe wird da Da ist doch mein Lieblingsding Oh Gott, warte bei mir jetzt Ich muss vorsichtig mal sein So Kann ich in den Leuten kommen Ich habe was gehört Wo sind die Großverdiener Einmal da Wollen wir da ein bisschen Krieg machen mit Wir sind alleine Da lang Versuche immer ein paar wegzusnipern Und wieder das Geld zu snacken Da ist eine Truhe noch drinnen Truhe, Truhe, Truhe Zwei kleine Schotten Zwei kleine Schotten Einmal ich hör mal auf Ich schlägt da oben Is eine Truhe So wie ich höre Zwei Piesen Super eine Extraktion in Bereitschaft! Die haben den Tuchu vergessen. Die haben morgen auch noch Tuchu vergessen. Da geht die Party ab. Ich habe uns einen Heli markiert. Den unser Weg. Und ich habe mich im Ort. Die sind ja auf uns allein gestellt. Aber... Wir können auch sehen. Da war ein Kurs... Die Kursverdiener sind aber ganz schön verteid auf der Map. Auch in Deutschland. In der Möglichkeit an der Kursverdiener sind. Der ist ein Kursverdiener. Der ist nicht im All-Wheb. In der Kursverdiener sind aber auch noch immer gut. Die Bank hat geöffnet. 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 Fracht ist an Bord und wird evakuiert. Fracht ist sicher in der Basis. Der Feind springt über dem Geflügel ab, auf den Himmel ab. Den Baum von dem Weg, Alter. Jetzt kann ich das nicht überlegen. Ah, da ist ein Großverdiener. Ich gehe mal zum Großverdiener. Boah. So. Ich müsste eigentlich mein Geld einzahlen, aber ich habe keine... keine Save-Position. Händler markiert. Ich gehe mal zum Händler. So nice, aber nicht so bei mir. Ich lasse das schon mal. Perfekt. Die nehme ich gerne mit, die Kiste. So, gucke ich mal, ob da welche sind. Die Bank hat geöffnet. Ob die da immer noch rumgammeln, die Juts? Oder nicht. Ich gehe mal da immer noch rum. Position für Luftnahunterstützung markiert. Hier ist Loader 2-0. Alles klar. Cluster-Kluster-Schlag gestartet. Ich hab... Der hat mich wirklich hochklettern hören. Geil. Dummer Sniper-Dude. Der ist tot. Hat er eigentlich ne Bison und ne Sniper, die ich auch habe. Oh, guck mal sowas. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Oh, wo, wo. Deine Nacht. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Scheiße, das ist jetzt mit mir gekommen. Oh, wo, wo, wo. Der wollte wieder nach oben kommen. Der wollte wieder hochkommen? Der Typ, den ich oben gezündet habe, wollte wieder hochkommen zu mir. What? Wieso kann man sein? Und ich hab ihn auf der Treppe gehört, Alter. So richtig hochrennen und sagen, yo, bin gleich da. Ich hab allen einen Hit. Nein, oh Mann, ich renne da jetzt einfach rein. Das Spiel macht so viel Spaß. Sniper. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Ja, aber naja, nichts für dich, Philipp. Battle Royale oder Beutelgeld. Das bedeutet, du musst ganz viel Geld sammeln und du musst das Geld eigentlich saven. Aber ich spiel grad Sniper wieder hier mit. Ist aber auch kostenlos. Wärts hier kein Bock. Wann kannst du das eigentlich wieder runterschmeißen? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Wollen wir mal gucken. Ja, alles entspannt. Wie du möchtest halt. Feinde landen im Einsatzgebiet. Auf den Himmel achten. Kemalほang springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ah, der war da oben. Wie läuft er das denn? Da war ich tot. Mal gucken, ob ich da wieder spawne. Das wird geil. Weitere Sniper-Duellen. Und? Ich bin wieder ein paar Kilometer weiter in Kitsport, aber ich kann mal wieder hingehen. Ich glaube, es muss die Situation sein. Das ist jetzt schon wieder der Typ auf dem Dach da oben, ne? Ich muss nachladen. Der ist doch nicht weg, wenn ich nachlade. Weitere Kult zu München mehrolina. Bei dir will ich da drauf. Oh mein, das ist doch ein paar Mal, oder? Jeffrey zum Glück. protein pea 오른 wird all diese Flur spinet. Wenn nicht passt, St 53, dann aber precis ist. Der Feind nähert sich! Der Feind nähert sich! Ist der denn da überhaupt gestürzt, der eine? Sammelt soviel Geld, wie ihr finden könnt! Der Feind nähert sich! Au, f***! Der Feind nähert sich! Kommt da oben wieder einer? Mal gucken! Ach diesmal nicht, okay! Der war schön, der Headshot! Alter, ich bin wunderschön! Ich bin wunderschön! Die werde ich nicht mehr wischen! Verdammt! Feinde landen im Einsatzgebiet! Der Feind nähert sich! Der Feind nähert sich! Es ist Sonntag! Oh, schon wieder im Lauf! Headshot gedrückt! Und da ist auch ein Buch! Der Großverdiener nennt sich mir! Ich dehne mal ein bisschen! Die haben eine bessere Position! F***! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! F***! F***! Ich lag durch! Ich lag durch! Egal! Wir wollen die Spielspiele! Jetzt wollen wir sie allein! Wenn es nicht bei mir funktioniert, was denn... Was heute... Nein, du kannst gar nichts dafür! Eigentlich... Weil ich eigentlich gewartet, dass irgendjemand anders jetzt mit mir spielt! Aber die sind alle nicht da! Keiner ist da! Ich habe wenigstens ein bisschen Geld, aber ein bisschen Schaden gemacht! Guck mal! Ich fand wie viel ähm... Schaden ich gemacht habe! Ich hab nur ein Geld gemacht! Ich lege! 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 Untertitelung des ZDF, 2020